Ich lerne Deutsch. Nummer 14540 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wenn du dir selbst ein positives Umfeld für deine Arbeit schaffst, dann werden auch deine Ergebnisse positiv sein. Die Quelle des Wissens ist unerschöpflich, aber der Wissensdurst treibt uns immer weiter. Das Lösen des Rätsels erwies sich als herausfordernd. Das Lösen des Rätsels erwies sich als herausfordernd. Das Rätsel war schwer und erforderte viel Nachdenken und Kreativität, um es zu lösen. Viel Erfolg bei der nächsten Prüfung. Viel Erfolg bei der nächsten Prüfung. Viel Erfolg bei der nächsten Prüfung. Wir drücken dir die Daumen. Sein jugendlicher Leichtsinn bringt ihn oft in Schwierigkeiten. Betont, dass seine unvorsichtigen und unüberlegten Handlungen typisch für junge Menschen sind. Kommt zu mir. Ich finde heraus, was mit dir los ist. Kommt zu mir. Ich finde heraus, was mit dir los ist. Der Rechtsanwalt bereitet sich kurz vor der Gerichtsverhandlung auf den Prozess vor. Der Rechtsanwalt bereitet sich kurz vor der Gerichtsverhandlung auf den Prozess vor. Der Rechtsanwalt bereitet sich kurz vor der Gerichtsverhandlung auf den Prozess vor. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like.